Leute, wenn ihr in der Würzburg geht und richtig geile Pommes essen wollt, richtig geile Pommes. Dürft ihr nicht ins McDonalds gehen. Es gibt einen besseren Tipp für absolut geile Pommes und völlig überteuerte Burger. Und für einen genialen Krautsalat. Jetzt ist es kein Krautsalat, aber die besten Burger der Welt sind die hier und die gibt es nur an einem Ort in Würzburg, an einem Ansinnen und in fünf Sekunden sage ich es euch, weil die Minute dann rum ist. Nämlich bei Kuhlmanns. Kuhlmanns. Und tschüss.